Hallo Freunde, ich bin die Katharina, seid herzlich willkommen auf meinem Strickkanal. Nach der Maschenzunahme kommen wir jetzt nun zu Maschenabnahme. Maschenabnahme bedeutet nichts anderes als, dass die Maschen weniger werden und das machen wir auf eine möglichst schöne Art und Weise. Ich zeige euch die rechts geneigte und die links geneigte Maschenabnahme. Hier oben übrigens ist das die gleiche Technik, nur dass ich das einmal umgekehrt habe, die Reihenfolge. Genauso wie bei der Maschenzunahme gibt es bei der Maschenabnahme auch viele Möglichkeiten abzunehmen, ganz abhängig davon, welches Muster ihr stricken möchtet, welchen Effekt ihr erreichen möchtet, wo diese Maschenabnahme stattfindet. Und in diesem Video zeige ich euch quasi die Basic Maschenabnahme für glatt rechts, aber auch für viele verschiedene Muster. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diese Maschenabnahme schon irgendwo gesehen habt, sei es bei Socken, Handschuhen, Fäustlingen oder am Racklernärmeln. Ihr findet sie übrigens auch bei den meisten meiner Mützenanleitungen, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Und nun lasst uns starten. Ich habe hier was vorbereitet, einen grausrechten Rand, der sich nicht einrollt und super für solche Proben eignet. Und stricke nun glatt rechts, sechs Maschen glatt rechts und dann kommt meine erste Maschenabnahme. Die links geneigte Maschenabnahme ist bei mir ganz einfach, da ich osteuropäisch-russisch stricke. Und dann brauche ich einfach nur durch zwei Maschen durchstechen und eine rechte Masche ganz einfach stricken. Weiter geht es nach Muster. Und auf der anderen Seite möchte ich symmetrisch abnehmen. Normalerweise würde ich mir Maschenmarkierer dann machen. Also nach den ersten sechs Maschen und vor den letzten sechs Maschen. Die beiden Maschen davor werden abgenommen und die beiden Maschen danach am Anfang werden abgenommen. So, osteuropäisch stricken, das heißt, ich muss einmal bei mir die Maschen umdrehen. Ich nehme sie ab und steche sie in beide andersherum ein. Und dann kann ich in die zweite Masche, so, in die zweite Masche einmal von links nach rechts einstechen und eine rechte Masche stricken. Wichtig, schaut nochmal, es ist nicht, keine der Maschen ist verschränkt. Ich stricke weiter nach Muster glatt rechts und habe eine symmetrische Maschenabnahme. Linke Reihe, die ist ganz einfach nach Muster. Wenn nicht anders angegeben ist, bei den Maschenabnahmen, bei eurem Muster, bei eurer Anleitung beispielsweise. Bei den Mützen ist es so, dass die zweite Reihe, die Rückreihe, meistens ohne irgendwelche Abnahmen stattfindet. Bei einer Mütze im Rundstrick heißt es ganz einfach, nächste Reihe nach Muster stricken. Im Wendestrick ist das die Rückreihe. So, ich bin am Ende angekommen und zeige euch noch einmal kurz diese Maschenabnahme. Die links geneigte und am Ende die rechts geneigte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt diese zwei Maschen stricke ich wieder zusammen. So einfach durch zwei Maschen durchstricken und weiter geht's. Und die rechts geneigte Maschenabnahme, da muss ich erst einmal ankommen. So, das sind diese zwei Maschen, muss ich einmal umdrehen und durch die zweite von links nach rechts durchstechen und eine rechte Masche durchstricken. Keine Zauberei. Ich stricke zu Ende und die Rückreihe nach Muster. So sieht man wunderbar schon diese kleine Abnahme und diesen Zopf, also diese Masche, die durchläuft nach oben. Und ein ganzes Stück weiter bin ich gekommen und hier sieht man wunderbar diese Maschenabnahme, mit der man super spielen kann, um verschiedene Muster zu erreichen, beziehungsweise auch Formen zu bilden. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch eine andere Art, einfach nur eine andere Technik des Durchstrickens zeigen, wie man diese rechts und links geneigte Maschenabnahme macht. Und zwar stricken wir jetzt bis zu den zwei Maschen, die abgenommen werden. Und erste nehme ich ab, zweite stricke ich rechts und ziehe die erste über die zweite. Vielleicht erinnert ihr euch, ihr habt diese Technik beim Abketten im Abketten-Video gesehen. Das Ergebnis ist das gleiche bei der Maschenabnahme. Manch einem erscheint das aber leichter, nicht durch zwei Maschen gleichzeitig durchzustricken, sondern erste abnehmen, zweite durchstricken. Die erste über die zweite ziehen und bei der rechts geneigten Maschenabnahme gibt es keine Veränderung. Die Maschen einmal wenden und durch die zweite Masche von links nach rechts durchstricken und weiter nach Muster stricken. Nun haben wir die Maschenabnahme von außen nach innen gemacht. Das heißt, hier ergeben sich quasi zwei Streifen. Am Rand und gleich zeige ich euch die Technik, wie man in der Mitte abnimmt. So, ich habe jetzt ein wenig abgegrenzt und habe wieder glatt rechts gestrickt. Und die mittleren vier Maschen sind bei mir dieser Streifen, an dem ich abnehmen werde. Bei meinem Strickprojekt würde ich jetzt Maschenmarkierer setzen, vor und nach den mittleren zwei Maschen. Und die Maschenabnahme einfach umkehren. Zuerst kommt die rechts geneigte Maschenabnahme. Das heißt, wir drehen einmal die Maschen um und stricken zwei zusammen durch die zweite Masche, ohne verschränkte Maschen. Zwei rechte Maschen. Und jetzt kommen die links geneigten Maschenabnahmen, also durch zwei einfach durchstricken. Ups, da hat sich mein Faden verklemmt. Das sieht nicht schön aus. Einmal wieder raufhängen und ordentlich durchstricken, ohne dass irgendwas gezogen wird. Ich habe sehr spitze Nadelspitzen. So, zack. Und hier ist meine Abnahme. Ich stricke weiter nach Muster. Also ihr seht, ich habe es einfach umgekehrt. Die Rückreihe wird nach Muster gestrickt, einfach links. So, noch einmal die links geneigte Maschenabnahme wird genauso gemacht. Zack, einmal umdrehen und durchstricken. Und weiter geht's. Zwei rechte Maschen und durch zwei Maschen durchstricken. So. Und weiter nach Muster. Ein ganzes Stück habe ich jetzt gestrickt und hier ergibt sich so ein Streifen. Also die Umkehrung der Techniken führt dazu, dass die Maschen hier in diesen Streifen hineinlaufen. Also ich habe einfach die rechts geneigte und die links geneigte Maschenabnahme umgestellt. Und dadurch ergibt sich ein anderes Abnahme, ein anderer Abnahmeeffekt. Und ihr kennt diesen Effekt übrigens unter dem Namen der Bändchenabnahme. Vor allem bei den Socken und Handschuhen. Dann ergibt sich oben so ein Bändchen. Ihr Lieben, diese Maschenabnahme ist ein absolutes Basic für alle Stricker. Ich empfehle euch sie zu üben und ihr werdet sie definitiv früher oder später einsetzen. Abschlaven bei dem Socken und derrick Sank. Und jetzt wegleisiert sie uns individuelles Lebens und ihr Lieben, wenn es nicht gefällt.